Bhagavad Gita, Vers 3.41 Deshalb, o Arjuna, Bester der Bharatas, bezwinge als erstes dieses große Symbol der Sünde, die Lust, indem du die Sinne regulierst und erschlage diese Zerstörerin des Wissens und der Selbstverwirklichung. Erklärung Der Herr gab Arjuna den Rat, die Sinne von Anfang an zu regulieren, so dass er den größten sündigen Feind die Lust bezwingen könne, die den Drang nach Selbstverwirklichung und besonders das Wissen vom Selbst zerstört. Gyanam bezieht sich auf das Wissen, dass das Selbst vom Nicht-Selbst unterscheidet, oder mit anderen Worten, auf das Wissen darum, dass die spirituelle Seele nicht der Körper ist. Gyanam bezieht sich auf das besondere Wissen von der spirituellen Seele, auf das Wissen von der wesenseigenen Position und der Beziehung zur höchsten Seele. Dies wird im Srimad Bhagavatam befolgt erklärt. Das Wissen vom Selbst und vom höchsten Selbst ist sehr vertraulich und geheimnisvoll, da es von Maya verschleiert wird. Doch dieses Wissen und diese Verwirklichung können verstanden werden, wenn sie vom Herrn selbst erklärt werden. Die Bhagavad Gita gibt uns dieses Wissen, besonders das Wissen vom Selbst. Die Lebewesen sind Bestandteile des Herrn, und daher besteht ihre Aufgabe einfach darin, dem Herrn zu dienen. Dieses Bewusstsein wird Krishna-Bewusstsein genannt. Man sollte also vom Beginn des Lebens an dieses Krishna-Bewusstsein erlernen und dadurch völlig Krishna-bewusst werden und dementsprechend handeln. Lust ist nichts anderes als nur die verzerrte Spiegelung der Liebe zu Gott, die für jedes Lebewesen natürlich ist. Wenn man von klein auf im Krishna-Bewusstsein erzogen wird, kann diese natürliche Liebe zu Gott nicht in Lust entarten. Doch wenn die Liebe zu Gott in Lust entartet ist, ist es sehr schwierig, den normalen Zustand wiederzuerlangen. Nichtsdestoweniger ist Krishna-Bewusstsein so mächtig, dass selbst ein Mensch, der später beginnt, lernen kann, Gott zu lieben, indem er den regulierenden Prinzipien des hingebungsvollen Dienens folgt. Man kann also auf jeder Stufe des Lebens, beziehungsweise dann, wenn man die dringende Notwendigkeit einsieht, beginnen, seine Sinne im hingebungsvollen Dienst des Herrn zu kontrollieren und so die Lust in Liebe zu Gott umwandeln, der höchsten Vollkommenheit des menschlichen Lebens. Und so hören Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020